Prinz George, Video zeigt typische auf Prinz Louis. Am 6. Mai 2023 findet die Krönung von König Charles, 74, statt. Ein großes Ereignis, das die Mini-Royals in diesem Ausmaß noch nicht erlebt, weshalb sie sorgfältig darauf vorbereitet werden. Die größten Feierlichkeiten, an denen Prinz George, 9, Prinzessin Charlotte, 7, und Prinz Louis, 4, bisher Teilnahmen, waren die zum 70. Thronjubiläum von Queen Elisabeth. 96. Die drei zogen mit ihrer Art alle Blicke auf sich. Dabei ereignete sich eine Szene, die Prinz George als typischen großen Bruder zeigte. Die amüsanten Aufnahmen, die offen liegen. Dass sein kleiner Bruder ihm peinlich war, sehen Sie im Video. Verwendete Quelle, Miracook Muzica 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 Muzica